Hallo Leute, es heißt mal wieder unglaubliche Züge und mal sehen, was ich heute für euch präpariert habe. Eine Partie, die gar nicht so lange her ist, nämlich zwischen Sergej Tivjakov und Ernst Siebke, gespielt in Valkansee 2012, schwarz am Zug. Und wir haben eine relativ normale Stellung auf dem Brett, jedenfalls verglichen mit was wir sonst so zu sehen bekommen in dieser Serie. Ja, ich würde sagen, ich werde jetzt gar nicht zu viel verraten. Gut, ich kann sagen, es geht um das Thema Prophylaxe. Prophylaxe, also die gegnerischen Ideen erkennen und verhindern. Und dann würde ich sagen, ihr seid dran, versucht es rauszubekommen, schwarz am Zug, wie gesagt. Stoppt das Video, wenn ihr möchtet oder solltet ihr, sonst könnt ihr eigentlich gar nicht genug Zeit mit der Stellung verbringen, denn ich werde es jetzt gleich verraten, ich werde jetzt hier nicht eine Minute stumm da sitzen natürlich. Also stoppt das Video und dann werde ich es jetzt verraten. Es gibt hier nur einen klaren Zug, der schwarz in Vorteil bringt. Das ist wieder so ein kleiner Zug und ihr wisst bereits, ich mag die kleinen Züge, die ruhigen Züge, wo nicht viel passiert, aber trotzdem sehr, sehr starke Wirkung. In diesem Fall ist es ein Königszug. König f8. Und was hat das jetzt mit dem Thema Prophylaxe zu tun? Ihr werdet vielleicht, wenn ihr euch mit der Stellung beschäftigt habt, gesehen haben, dass der Bauer auf c4 hängt. Klar, das sieht man wohl auf den ersten Blick. Aber das schwarze Problem ist, er kann den Bauer nicht schlagen, denn das würde zu Problemen führen, nämlich Tome achtschach. Turm ist an der Deckung gebunden. Das heißt, schwarz würde hier die Dame verlieren und hier ist auch kein Matt, weil der Springer das Feld überdeckt. Und schwarz sollte auf e8 schlagen, denn wenn er nach, wenn er Springer f8, den Springer dazwischenzieht, kommt es hier noch Ärger für ihn, denn jetzt folgt hier das Matt auf h7. Ja, und das ist genau das Problem für schwarz. Und mit König f8 verhindert er es jetzt wunderbar prophylaktisch und nimmt auch generell irgendwelche Grundreihen, Matt-Ideen aus der Partie. Und jetzt hängt der Bauer auf c4 und Weiß muss sich mit der Deckung dieses Baumes beschäftigen. Gut, Weiß spielt der Läufer a2. Ich überlege gerade, was würde hier nach Turm e4 passieren. Ja, dann würde sich diese Diagonale öffnen, nach Turm e1 würde wieder der Bauer auf c4 hängen und nach Springer e1, ja, jetzt kommt natürlich hier auch noch der andere Springer mit Tempo und der Bauer auf c4 wird nicht zu halten sein und dann sind die ganzen Bauern hier schwach am Damenflügel und Weiß steht auf Verlust. Also Läufer a2, aber auch jetzt Springer e5 und jetzt beginnt schon Weiß hier den entscheidenden Fehler tatsächlich. Er muss hier auf e5 schlagen und dann Läufer schlägt e5 g3, Dame f2 und nun Dame e2. Aber dieses Endspiel ist auch sehr, sehr unangenehm hier. b5, Läufer schlägt e5 schwarz, gewinnt einen Bauern. Es sind ungleichfarbige Läufer auf dem Brett, aber vielleicht habt ihr es mich schon mal sagen hören in dieser Serie. Ungleichfarbige Läufer heißt nicht automatisch Remie. Das ist, wenn dann nur der Fall, wenn nur ungleichfarbige Läufer auf dem Brett sind und keine anderen Figuren. Aber hier haben wir Schwerfiguren auf dem Brett, Türme und da gibt es häufig Angriffsideen gegen den gegnerischen König, weil ja man selber einen Läufer hat, den der Gegner nicht hat und man kann auf diesen Feldern wunderbar spielen. Und hier konkret seht ihr ja auch, der Läufer von schwarz ist so viel stärker als der Läufer von weiß, der hier passiv an die Deckung der Bauern gebunden ist und schwarz hat hier wunderbare Gewinnaussichten. Ganz klar, er wird den Läufer nach c5 stellen und kann sich hier einen Freibauern bilden und hat dann hier noch einen zweiten Freibauern. Ich würde schon fast so weit gehen, dass die Stellung hier bereits gewonnen ist für schwarz. Aber das wäre die Variante gewesen, die den größten Widerstand bietet. In der Partie bietet weiß nicht mehr so viel Widerstand. Dame e4, Darmstück e4, Turmstück e4. Jetzt ist temporär noch alles gedeckt, der Bau c4, aber jetzt kommt Springer d3, Doppeldrohung, b4 und f2 und weiß hatte vielleicht nicht seinen besten Tag, aber es ändert nicht mehr viel. Er ignorierte hier die Drohung auf b5, er gab also nicht den Bauern, sondern lieber den Turm und gab natürlich dann jetzt hier auf. Hatte er wahrscheinlich einfach übersehen, ziemlich sicher sogar übersehen. Ja, schönes Beispiel zur Prophylaxe, wie ich fand, wieder sehr kleiner Zug mit einer sehr, sehr starken Wirkung und dann konnte schwarz die Partie recht schnell gewinnen. Soviel zu diesem Beispiel, wir sehen uns bald wieder, bis dann.